Musik 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 Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Woodering Wave Musik 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 ziemlich schnell die stimmt werden jetzt noch event noch die Ich schicke mir mal, ja, okay, dann, echo, echo up. Das ist nicht so gut. Okay. Okay. Das ist nicht das Problem. Ich muss ja sowieso für YinLin den Dingsplot machen. Das ist nicht das Problem. Oh! So, dann gehen wir jetzt noch hier hin, damit wir Kalscharos Fähigkeiten noch leveln können. Und... 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 Sehr schön, das fetten wir dann auch. Und... 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 das heißt ich kann jetzt auf richtung von den fähigkeiten gehen jetzt fehlt mir eine glücke das heißt morgen muss ich die glücke sammeln da muss ich noch ein paar mal den dings blot machen ich habe da mein freund so hin zuzufügen so Hier habe ich schon jetzt so eine UIT hingesetzt. Hier habe ich schon jetzt so eine UIT eingesetzt. Hier habe ich schon 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 eine UIT eingesetzt. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass ich da diese Quest gemacht hätte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich nicht erinnern kann. Vielen Dank. Ich hätte nicht alle Quests von dem gemacht, das könnte natürlich auch sein. Vielen Dank. Ich denke, ich habe... Ich denke, ich habe hier nicht alles geschafft. Ich denke gerade, wäre es nicht einfach, mit einem kleineren Charakter etwas zu machen. Ich denke, ich habe hier nicht alles geschafft. Wie macht man denn mehrere? Das verstehe ich nicht. Ich denke, ich habe hier nicht alles geschafft. 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 Ich bin nicht dumm. Ah, Mann! 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 Ah, Mann!